Eine Idee, Wirklichkeit werden zu lassen, ist ein großes Abenteuer. Es ist aufregend, herausfordernd und begeisternd zugleich. Auf dem Weg zur Umsetzung macht man bedeutende neue Erfahrungen. Man lernt ständig hinzu und kommt seinem Ziel jeden Tag ein Stückchen näher. Ein Abenteuer kann aber auch beschwerlich oder sogar beunruhigend sein. Auf dem Weg gibt es vielfältige Fragen und Hindernisse. Die Zeiten sind manchmal schwierig und es läuft nicht immer alles nach Plan. Deshalb ist es beruhigend, wenn man weiß, dass man die richtigen Partner an seiner Seite hat. Partner, die ein offenes Ohr und stets einen guten Ratschlag parat haben. Die dafür sorgen, dass man den Durchblick behält. Die wissen, wo es lang geht. Denen keine Herausforderung zu schwer ist. Die Projekte und Ideen vorantreiben. Die dabei helfen, Ziele zu erreichen. Die Brücken bauen. Die sich verantwortlich fühlen. Die für einen da sind. Ansprechpartner wie die WFG. Die alles daran setzen, die hiesige Unternehmenslandschaft zu stärken, sowie die Region zukunftssicher und attraktiv für Bürger, Unternehmen, Investoren und Fachkräfte zu gestalten. Die den Standort Ostbelgien für alle positiv weiterentwickeln. Existenzgründung, Unternehmensentwicklung, Regionalförderung. Die WFG ist der Partner, der Sie bei Ihrem Abenteuer begleitet. WFG – Wirtschafts- und Regionalförderung in Ostbelgien